Vor einigen Tagen haben Leute kommentiert, dass Cypherum von der FATnow Seite genommen wurde. Für mich war das Projekt sonst immer hier auf der ersten Seite zu sehen. Jedoch an dem Tag, als einige das sagt, habe ich nachgeschaut und Cypherum war immer noch weiter hinten vorhanden. Also nach der, also dann halt ganz normal alphabetisch sortiert. Nun jedoch kann ich das Projekt im FATnow Service nicht mehr finden und auch Sky hat seit zwei Tagen keinen Post auf Twitter gemacht und der angepinnte Post auf Cypherum Twitter mit dem FATnow als Partner ist auch weg. Kommen wir zu den Problemen und den Szenarien, welche jetzt im Raum stehen. Erstens, Cypherum ist kein Scam- oder Rackpull-Projekt und ich bin mir auch sicher, dass hier Jahre von Arbeit drin stecken. Der CEO hat einen tadellosen Abschluss, einen guten Lebenslauf und unzählige CPH-Patente beantragt. Nun hat mich eins jedoch schon immer gestört und das habe ich in den Altcoin-News auch so vermittelt. Sein Verhalten war kontraproduktiv. Mich hat er immer etwas an Justin Sun erinnert und seine Art, sich immer beweisen zu müssen. Zum anderen habe ich das Gefühl, er war voller Vorfreude und etwas zu stark gehypt. Er hat viel zu große Töne gespuckt, bevor die Party überhaupt losging. Zum einen glaube ich, Cypherum war im engen Betracht für den digitalen US-Dollar, aber ich denke auch, dass er sich das als einziges Blockchain-Projekt dort mit einem nativen Coin etwas vermasselt hat. Es wurde einfach zu stark und zu selbstbewusst mit dem digitalen US-Dollar geworben und dauernd gibt er an, dass er mitverantwortlich sei, dass Börsen- und Proof-of-Stake-Projekte verklagt wurden. Das bringt so einiges an ARK-Bohnen mit sich und ich bin mir sehr sicher, dass so einige ihn und das Projekt gemeldet haben oder alle Red Flags, die sie gesehen haben. Hier unten die Firmenadresse steht nun etwas genauer da und auch der Reiterteam wurde entfernt. Also schätze ich, die Behörden haben hier raufgeguckt. Denn vor einigen Tagen vor allem verfluchte er Fazter und argumentierte oder verteidigte Cypherum verstärkt. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Cypherum ist komplett raus aufgrund von seinem Verhalten oder Cypherum wird im großen Stil für den digitalen US-Dollar genutzt werden. Das zweite Szenario ist im Anbetracht der Fakten zur Zeit unwahrscheinlicher. Ich werde euch jetzt nicht sagen, ob ich verkauft oder nachgekauft habe. Trefft diese Entscheidungen für euch selber. Ich habe das Projekt vorgestellt, als es sehr günstig war. Um einiges günstiger als der Preis jetzt bei der Aufnahme des Videos. Zudem sind wir zwischendurch stark gestiegen und ich habe euch gesagt, ich habe das Initialinvestment bei mir rausgenommen, um beruhigt weiter drinnen bleiben zu können. Sollte Cypherum tatsächlich nicht für den digitalen US-Dollar genutzt werden, sehe ich nicht so viel Anstiegspotenzial hier drin. Also es ist zur Zeit hoch riskant und eine Art 5% Chance auf Giga-Explosion und 95% Chance auf eine Talfahrt. Je nach sollte man re-evaluieren und ich hoffe, es hat jeder zumindest das Initialinvestment nach dem 9x-Anstieg mitgenommen. Leider ist das die harte Realität des Kryptomarktes. Die Risiken gibt es bei jedem Projekt und umso stärker das Anstiegspotenzial, desto stärker auch das Risiko meist. Mir war wichtig, so schnell wie möglich ein Video zu machen und wenn man gut genug diversifiziert, dann sind auch solche Situationen kein Weltuntergang. Vor allem, da jeder, der früh genug eingekauft hat, jetzt noch im Plus verkaufen kann. Like und Abo nicht vergessen, bis demnächst, euer BigDaddy.